Marvin Schwebe wechselt zum 1. FC Köln. Oder aber auch, der 1. FC Köln verstärkt sich auf der Torhüterposition. Oder aber auch, der FC Köln verpflichtet eine neue Nummer 1. Genauso einfach wird es eben nicht werden. Wir kennen den FC, wir kennen die handelnden Personen und die Leute, die momentan auch, oder eben den derzeitigen Torhüter, der momentan zwischen den Pfosten steht. Dementsprechend wird es Marvin Schwebe nicht so einfach haben, wie er es eigentlich haben könnte. Und er wird wahrscheinlich auch vereinsintern es nicht so einfach gemacht bekommen, wie er es gemacht bekommen könnte. Wir haben die momentane Situation, dass wir mit Timo Horn einem Tor sind beim 1. FC, der sich dieses Jahr mal wieder so ein bisschen gerade so durchgedrückt hat. Ich glaube, das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, waren Fehler in der Relegation, die zu einem Gegentor geführt hat. Jetzt kommt Marvin Schwebe und ich will euch erzählen, weshalb ich glaube, dass Marvin Schwebe der bessere Torhüter für den 1. FC ist. Drei Punkte, lass uns direkt anfangen mit Punkt Nummer 1. Marvin Schwebe ist letztes Jahr Meister mit Brandby geworden. Ich meine, klar ist es nicht unbedingt einer Position abhängig, ob du jetzt Meister wirst oder nicht. Aber jeder, der schon mal von der B in die A-Klasse aufgestiegen ist oder von der Regionalliga in die Dritte Liga oder wie auch immer, der weiß, dass es extrem wichtig ist, dass du hinten einen zwischen den Pfosten stehen hast, der unter allerhöchstem Druck konstant spielen kann und der dir auch mal den einen oder anderen Punkt rettet. Das ist ganz egal, ob das jetzt die dänische Erste Liga ist, die schwedische, die norwegische oder die deutsche Bundesliga. Wenn du ganz oben drin oder ganz unten drin stehst, musst du eben, auch wenn Druck auf dem Kessel ist, konstante Leistungen bringen können. Für mich hat Marvin Schwebe unter Beweis gestellt, dass er das kann und dementsprechend ist er auch der absolut richtige Torhüter und die richtige Wahl für den 1. FC. Punkt Nummer 2. Marvin Schwebe verfügt über einen extrem guten Fuß. Das heißt, er hat eine sehr gute Spieleröffnung. Das ist jetzt komplett unabhängig davon, ob wir jetzt vom Abschluss sprechen oder vielleicht auch aus einer Situation, die aus dem Spiel raus passiert. Der 1. FC, die Mannschaft an sich, kann einen sehr hohen Mehrwert dadurch erlangen, wenn sie auch mal wieder über das eigene Drittel sinnvoll und auch unter Druck eröffnen können. Dass auch mal vielleicht die erste Pressinglinie überspielt wird mit Qualität und dass er eben sich einfach mal hinten raus kombiniert werden kann. Das war, glaube ich, etwas, was beim 1. FC in den letzten Jahren ein kleines bisschen abgegangen ist und dementsprechend ist das ein Faktor, der dem FC auf jeden Fall sehr, sehr gut tun wird. Marvin Schwebe ist ein sehr, sehr guter Torhüter. Entschuldigung, ein guter Torhüter mit einem sehr, sehr guten Fuß, einer sehr guten Spieleröffnung und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, Schwebe, top, gut rausgesucht, FC. Lass uns zum dritten Punkt kommen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt und ich möchte nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht, aber Marvin Schwebe ist nicht Timo Horn. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Marvin Schwebe ist ein neuer Torhüter, der dort ins kalte Wasser geworfen werden kann. Ich glaube, der FC ist in den letzten Jahren ein kleines bisschen festgefahren. Er hat es immer wieder geschafft, sich so ein kleines bisschen selbst an Karren zu fahren. Und ich glaube, mit der Entscheidung, einen neuen Torhüter zu holen, was eine essentielle Position ist auf diesem Sportplatz, ist dem FC schon mal ein sehr guter erster Schritt gelungen. Wenn es jetzt noch klappt, den Torhüter dort auch zu etablieren und ein kleines bisschen in Ruhe arbeiten zu lassen, damit Marvin Schwebe, und da ist es jetzt auch egal, ob es Schwebe, Müllermeier oder Schmidt ist, auf jeden Fall einen Mehrwert geben wird. Die Qualität hat er auf jeden Fall. Und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass er sich auf der Position auch durchsetzen kann. Im Hinterkopf behalten, der 1. FC ist der 1. FC, so wie ich es zu Beginn gesagt habe. Es ist eine schwierige Nummer, sich beim 1. FC Köln zu etablieren, wenn man nicht dort das Mega-Standing hatte oder vielleicht nicht gewohnt ist, dass am Tag nach dem Spiel der Express direkt mal über einen drüber rollt, dass es gerade so kracht. So, bevor ich euch jetzt in Ruhe lasse und einfach mal ein bisschen was angesprochen habe, Marvin Schwebe noch ein paar Fakten zu ihm. Er ist in Dieburg geboren, das ist irgendwo in Hessen, in Darmstadt hinten raus, 30 Kilometer, gefühlt. Marvin Schwebe ist über Offenbach und die Eintracht aus Frankfurt zu TSG Hoffenheim gekommen. In Hoffenheim ist er dann direkt mal aufgestiegen, ist er direkt Meister geworden mit Julian Nagelsmann, U19, dann in die U23, dann wurde er ausgeliehen in die 3. Liga zum VfL Osnabrück, hat dort seine Spiele gemacht. Danach hat er sie bei Dynamo Dresden gemacht, macht seine Spiele und dann stand er eben vor der Wahl. Setze ich mich jetzt in Hoffenheim auf die Bank, weil da war Olli Baumann und er war nicht der Erste, der gesagt bekommen hat, hey, Olli ist unsere klare Nummer 1. Oder wechsle ich den Verein? Er hat sich für einen Vereinswechsel entschieden, ist Richtung Kopenhagen gezogen, hat sich in der Zeit auch sehr, sehr viel Erfahrung, hat sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und jetzt ist er eben zu guter Letzt, nach einer sehr, sehr guten Runde, die er gespielt hat, einfach zurück in der Bundesliga. Wir sollten das Ganze genießen, dass wir einen neuen Torhüter haben in der Bundesliga, einen deutschen Torhüter in der deutschen Liga, finde ich eh immer super toll. Die deutschen Torhüter gehen in der Liga so ein bisschen ab, wenn ich jetzt dran denke, 2010, 2011, hatten wir zwei Torhüter, die eben keine Deutschen waren, das war Oka Nikolov und das war Diego Benaglio, die Stammtorhüter in ihren Vereinen waren, der Rest war komplett deutsch. Es hat sich ein kleines bisschen gewandelt, das ist ein komplett anderes Thema, aber es ist schön, wieder einen deutschen Torhüter, einen qualitativ hochwertigen deutschen Torhüter in der Bundesliga zu sehen und entsprechend habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich freue mich über jede Art von Feedback, egal ob in den Kommentaren, per Mail oder wie auch immer und sage bis dann, macht's gut und danke für eure Aufmerksamkeit, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, ich freue mich über alles, was ihr hier abdrückt auf dem Kanal. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, 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 ciao. Vielen Dank.